Guten Morgen und herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play. Ich werde heute The Secret Mario Chronicles Let's Playen, wie man unschwer erkennen kann. Das Ganze ist ein Jump'n'Run, das gewisse Ähnlichkeit mit einem anderen, bekannten Jump'n'Run hat. Allerdings, äh, völlig anders ist, natürlich, äh, ja. Also fangen wir am besten gleich mal an mit Welt 1, äh, Level 1, ja. Meister Welt. Äh, dazu möchte ich sagen, ich habe das Spiel selbst noch nie gespielt. Oder zumindest nur mal kurz den ersten Level angespielt, um Steuerung auszuprobieren. Und dass ich im Jump'n'Run allgemein nicht sonderlich gut bin. Na, klasse. Wie man sehr schnell merken wird. Und ich hoffe, dass es insgesamt nicht allzu schwer wird. Sonst, äh, werde ich wohl nicht fertig werden damit. Und jetzt will ich dann rauf. Und da ist eine Münze drin, die will ich haben. Münzen sind schön. Vor allem wollen wir ganz viele sammeln. Achja, das war Highjump, äh. Ja, also... Es hat... Was soll denn das geleckert? Oder... Gewisse... Ja. Dann machen wir das gleich nochmal. Weil wir es so sehr mochten. Und weil mir der erste Level schon direkt gefällt. Deswegen sterbe ich hier erstmal und... Höhöööööäh! Ahah! Stirb! Mist, Vieh. Münzen! Oh, das wird wieder... Eins der Spiele, wo ich wieder endlos viele Münzen sammeln kann. Und zum Glück gibt das... Kein Zeitlimit. Hoffe ich mal. Und ich will dann auch... Ach verdammt! Verdammt! Warum mach ich das denn einfach so? Ich stell mir aber wieder blöder an als ich bin. Egal. Also da rüber dann, da runter. Können wir den Block irgendwie mitnehmen? Nein, kein Mario. Äh, doch Mario. Also... Anders. Und dann da rauf. Nein, nicht sterben. Schildkröte. Oder... Ich sollte mir ein anderes Spiel aussuchen, glaube ich. Das wird so nichts... Achja, nein, den wollen wir nicht drücken. Wir wollen die Münzen, die Münzen. Ja, den Anfang kenne ich jetzt inzwischen schon richtig gut, möchte ich sagen. Bin mal gespannt, wie lange ich für das erste Level noch brauchen werde. So, da wollen wir jetzt nicht klein werden. Die Münze wollen wir mal einsammeln. Ja, wollen alle Münzen einsammeln. Die Münzen sind schön. Ich mag Münzen. Und da rüber. Jawoll. Ha! Ah! Stirb! Mach mir Pfandkuchen! Wie? Kann ich den mitnehmen? Oh, den kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen. Äh. Das muss ich dazu gedrückt halten. Ah. Ah. Oder? Ja. Ja, weg los was dann. Kann man da auch irgendwie... Ah! Uah! Geh weg! Die nehme ich mit. Ah! Achso. Oh! Oh! Ich kann Feuerbälle schmeißen. Ui! Und hab einen komischen Koch. Keine Ahnung. Matrosenanzug an. Oder was auch immer das sein soll. Und... Ey! Da kann ich rein, oder? Kann ich rein, kann ich rein. Ja! Ich kann da rein! Da ist, da ist... Münzen! Ja! Münzen! Ich mag Münzen! Oh! Das hab ich schon erwähnt. Wie noch ne Münze! Wie! Äh! Komm her! Komm! Ja! Scheiß Münzen da! Und weiter geht's! Oh! Das war... Welt Nummer 1! Machen wir Welt Nummer 2 auch gleich noch! Wir haben ja noch... Ein Leben! Wo war er? Die Musik kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh! Und Münze! Und ein... Pilz! Als Reserve! Warum fresse ich eigentlich Münzen? Äh! Warum fresse ich eigentlich Pilze und wäre dann größer? Äh... Als verdrohten Kind bin ich überhaupt! Die nehmen wir auch noch mit! Ach Gott! Yeah! Ich grill euch! Schildkröpensuppe! Ich spring! Die Steuerung verwirrt mir noch leichter wird das gefallen! Äh! Vielleicht sollte ich auch mal die Auflösung etwas runterdrehen, dass es bei Fraps nicht mehr ganz so sehr leckt! Ach! Niveau! Sehr langweilig! Kann's ja jeder! Kann ich da rauf? Ja! Ich klettere einen riesen Bodenstang rauf, fress Pilze und Blumen und schweiß mit Feuer um mich! Dieses Spiel ist definitiv nicht für Kinder geeignet! Oh je! Ah! Ah! Da rauf! Jawoll! Uh! Bin ich gut! Und zwar überhaupt nicht, aber egal! Komm her! Ja je! Ah! Mann! Ja! 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 Das geht irgendwie nicht hin! Na komm! Ja! Weiter zurück! Verdammt! 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 Ihr mich auch! Ach nein! Meine schöne Münze! Die wolle ich doch haben! Und was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein! Scheiße! Ich hase Jamrans! Warum spiele ich das überhaupt? Hm! Ich hab gedacht das war leicht glaube ich oder? Ah! Pilz! Das heißt beim Pilz essen dann wird man groß! Jawoll! Hui! Feuer schmeißen! Ich mag Feuer! Feuer! Ach! Verdammt! Ah! Gut! Sammeln wir nicht alles auf! Jetzt wäre ich ja nie fertig! Und da rüber und ab! Komm her! Stirb du! Äh! Was auch immer du bist! Äh! Ja! Oh! Ich hab noch null Leben! Ganz toll! Ob ich den Level heute noch schaffe! Hm! Ab wann kriegt man da eigentlich ein neues? Pilz! Pilz! Ja! Ich nehm mich mit! Und ja! Was mach ich mit dir! Spring erstmal da rüber! Nimm noch ein paar Münzen mit! Äh! Und spring erstmal mit der Blume rein! Die mich töten will! Warum töten mich eigentlich Blumen? Sollte ich nicht eigentlich die töten wenn ich da rein springe oder? So! Wah! Okay! Darf ich nochmal anfangen! Ich hasse euch! Ich... Ich hasse dieses Spiel! Warum spiele ich überhaupt heute? Komm her! Und da drauf! Moment! Da gab's Münzen! Münzen! Nimm mich mit! Warum auch immer! Ich mag Münzen! Und... Ey! Ach... Das ist nur so'ne Hinweisbox! Unwichtig! Langeweilig wenn man die Steuerung kennt! Hmh! So wird es heuer nix mehr! Hm! Ist das ein ... Dritter Fall von ... Ich kann es einfach nicht! Sollte mir besser etwas anderes suchen! Nix jetzt! Hey, scheiß Schildkröten. Nein, nein. Da wollen wir nicht rein. Na auch nicht. Da wollen wir drüber. Da wollen wir rein. Das sind Münzen. Münzen. Yeah. Das sind sogar rote Münzen. Und dann sind wir fertig in der Runde. Yeah. Na geht doch. Wenn ich jetzt die zweite noch schaffe, bin ich für heute glücklich. Wenn. Wenn. Oh. Scheiße. Ich hätte mir ein anderes Spiel suchen sollen, glaube ich. Na komm. Och nee. Komm, ich will diesen Dumme. Dumme. Wie Flammenwerfer. Du musst doch sterben, du. Wie mit den Münzen wieder weg. Oh man. Ich hätte mir wirklich was anderes suchen sollen. Irgendwas, was ich kann vielleicht. Und das kann ich jetzt wieder verspielen. Ja. So. Lass mir die Münzen ein. Feuer. Yeah. Jetzt grill euch alle. Komisches Ding. Merkwürdige Schildkröte. Die grill ich auch. Münze. Yeah. Stirbt. Sollt. Sollt alle verbrennen. Ui. Oder. Jetzt schon wieder abgeräumt. Nein. Ah. Brenne. Ui. Kann ich Blumen auch verbrennen? Ich hoffe nicht. Nein. Warum kann ich Blumen nicht verbrennen? Sind es für Blumen? Oh man kriegt ein Leben bei 100 Münzen. Okay. Das war jetzt mal auszusehen. Und sterbt. Ja. Ich töte euch alle. Und. Da kann ich rein. Rein. Kann ich nicht rein. Da kann ich rein. Ah. Da ist die Welt zu Ende. Okay. Dann werde ich hier erstmal beenden. Bevor ich mich noch dümmer anstelle als ich es jetzt schon gemacht habe. Und. Ja. Man kann ja zum Glück schmeichern in dem Spiel. Sonst könnte das relativ lange dauern. Also dann. Bis zum nächsten Mal.